auch wenn er am liebsten die augen nie mehr weg von ihr gerissen hätte sie sah so schön aus ihre blonden haare waren leicht durcheinander ihre wangen waren rosig ihre lippen leicht angeschwollen und ihre brust hob und senkte sich schnell mit teller großen augen blickte sie ihn verwirrt an während pansy mit ihrer hand sich die lippen hielt und mit der anderen panisch ihr outfit richtete als wenige minuten später beiden klar wurde dass sie nicht ertappt wurden brüllten sie sich wieder naja zumindest nicht direkt ertappt dachte er sich er schüttelte amüsiert seinen kopf verdammt was hättest du gemacht wenn an meiner stelle jemand anderes wäre diese story hätte noch heute vor mittag die runde gemacht teilte er sie aber gleichzeitig amüsierte ihn der gedanke sie hätte malfoys und ihren namen in den dreck gezogen bevor mal feuers konnte ironie des schicksals dachte er sich sarkastisch blaise was machst du hier überhaupt ja und wie bist du an ihren drachen von sekretären vorbeigekommen schoss panzi hinterher blaise lächelte breit und seine grübchen vertieften sich noch mehr ich habe ihr einfach mein atemberaubendstes lächeln geschenkt grinste er und wackelte mit den augenbrauen sie so mit panzi zu sehen machte ihn nicht eifersüchtig panzi war praktisch familie für hermine und er wusste dass es alles so spielereien waren als er sich hermine zuwandte wie sein lächeln ein wenig in sich zusammen er war hierhin gekommen um etwas zu besprechen was hermine nicht gefallen würde aber er konnte das nicht für sich behalten er musste seine hermine vor malfoy schützen und das letzte was sie jetzt gebrauchen konnte war ein überraschungsskandal zumal dann der ganze ursprüngliche plan auf der krippe stehen würde nein wenn er fronten wählen müsste würde er immer wieder hermine wählen mit größter anstrengung setzte er ein grinsen auf ich wollte dich auf einen drink mitnehmen herms ihre linke augenbrauen wanderte in die höhe und was willst du wirklich sabini er räusperte sich leicht nun ich wollte etwas mit dir besprechen unter vier augen fügte er mit einem unsicheren blick richtung panzi hinzu panzi selbst war auffällig still gewesen verdammt was war dir vorgefallen bevor ich reingekommen bin die beiden sahen für ihn einfach nur verwirrt aus und keine von beiden war ein verwirrter charakter noch einmal richtete panzi ihre bluse und schnappte sich die handtasche sie drehte sich zu hermine um nun ich halte es für eine gute idee wenn du einmal unter die leute kommst sabini verabschiedete sie sich und schritt ehrlich zur tür blaze konnte sich sein mrs goyle hinterher nicht verkneifen nur ein kleiner reminder dachte er innerlich grinsend verdammt in was für einer abgefuckten welt lebe ich eigentlich ich komme in das büro meiner angebeteten und erwische sie dabei wie sie mit ihrer verheirateten ehemaligen herzfeindin rummachte dabei aber selber verheiratet war mit dem typen den sie wohl selber zu hassen schien und mich mich ließ sie links liegen na toll warte ich suche nur schnell meine sachen zusammen dann können wir sagte sie mit einem leichten lächeln auf den lippen und kramte in ihrer handtasche als sie endlich draußen waren steuerte blaze statt einer bar den stadtpark an hermine trippelte neben ihm in ihren mörderhills niedlich schnell suchte er sich eine gemütliche bank unter einer großen eiche vor einem kinderspielplatz der jetzt allerdings leer war aus innerlich sammelte er sich er hasste es verboten schlechter nachrichten zu sein aber in letzter zeit war ihr es einfach viel zu oft erwartungsvoll sah sie ihn an ich war heute bei malfoy seine stimme klang heiser wieder wanderte ihre augenbrau in die höhe nun er wird wohl in seinem apartment sein ja aber nicht alleine er suchte in ihrem gesicht nach irritation aber ihr ausdruck war blank wie eine maske ich erzähle dir das weil du es wissen musst hermine entwich ein leicht wahnsinniges küchen nun blaze ich gehe davon aus dass er nicht keusch lebt immerhin habe ich ihn seit der hochzeit nicht mehr gesehen ihm fielen fast die augen aus dem kopf das erklärt einiges nun spuck schon aus wer auch immer bei ihm war kann nicht so schlimm gewesen sein oder oder warte sag bloß chinny potter war bei ihm oder lavender brown hermine brach ihn gelächter aus bis ihre tränen kamen zugegeben eine lavender bei malfoy das wäre schon derbe geschmackslos aber wie konnte hermine darüber lachen wurde sie jetzt wahnsinnig er wartete ab bis ihr lachen veräppte und blickte ihr ernst in die augen Astoria Greengrass rief er die bombe platzen einige sekunden sah sie ihn nur bewegungslos an er konnte alle möglichen gefühle über ihr sonst so kühles gesicht huschen sehen keines länger als ein sekundenbruchteil aber doch lange genug damit er sie erkennen konnte als das was sie sind schmerz enttäuschung wut das gefährdet meinen plan presse sie durch zusammengebissenen zähnen hervor es war als hätte man ihr in die magengrube geschlagen und zwar mit einem monster tritt innerlich starb sie tausend tode und fühlte zugleich nichts war es möglich vor so vielen emotionen komplett taub zu werden denn das passierte mit ihr vor blaze wollte sie sich nicht die blöse geben und irgendeine emotion zeigen außerdem entsprach es durchaus der wahrheit dass es ihren plan gefährdet und zwar sehr die kleine süße hure Astoria war so ziemlich jedem reinblütigen und nicht reinblütigen zauberer bekannt und dass draco sich ausgerechnet sie aussuchte war ein schlag ins gesicht ein schlag der ihr zeigen sollte wie wenig sie in seinen augen wert war draco wusste nicht dass Astoria vor einem jahr aus dem crowns heraus geflogen war weil sie mit dem alten not eine affäre hatte und seine ehefrau das publik gemacht hatte seitdem war sie mehr oder weniger aus der klatschpresse und auch aus der zauberer welt verschwunden wenn ihre affäre mit draco rauskommt könnte hermine ihr gesicht vor dem club verlieren ersetzt durch Astoria die aus dem club geworfen wurde war ihr blut so dreckig ekelte er sich wirklich so vor ihr machte er es absichtlich langsam stand sie von der parkbank auf mit einem blick auf blaze sprach sie so ruhig wie möglich du blaze ich muss mir eine lösung hierfür überlegen wenn du mich entschuldigst und flüchtete davon sie wusste nicht wohin sie gehen sollte und ist an demselben ort gelandet wie vor fünf jahren als sie in ihrem leben verloren war und pansy sie in diese gesellschaft integriert hatte im crowns auch hatte sie sich keine lösung dafür überlegt und auch nicht nach dem dritten whisky und mit jedem whisky wurde es immer unwahrscheinlicher seit stunden starrte sie nun auf die barplatte vor sich als sich die platte plötzlich verdunkelte sah sie auf ein zauberer stand vor ihr und flächelte leicht er war attraktiv hatte schwarze haare und dunkle augen voller lippen und hohe wangenknochen natürlich nichts im vergleich zu blaze hey ich hab dich schon lange nicht mehr hier gesehen mrs malfoy sagte er mit einer besonderen betonung ihres tollen familiennamens ihre augenbrauen zogen sich zusammen kennen wir uns frage sie konfus was für ein creep er grinste nun breiter nicht offiziell ich bin adrian pusey ich war auch auf hogwarts und alle hier kennen dich also ja irgendwie sind wir einander bekannt tut mir leid ich hab dich noch nie gesehen sein lächeln fiel leicht in sich zusammen natürlich hatte sie ihn dann doch noch erkannt aber ihre schlechte laune musste sie irgendwo loswerden und das ist besser als ein perfekt platzierter strich sie wandte sich wieder ihrem getränk zu pusey schien aber immer noch nicht abziehen zu wollen nun was machst du hier so ohne deinen ehegatten er betonte ihren ehegatten wohl um sie als reserve zu lockern und es gelang ihm auch sie wandte sich wieder ihm zu wir haben heute einen ehefreien tag adrian nun tu mir einen gefallen und lass mich meinen tollen abend genießen zugegeben sie klang ein wenig bissig und endlich ließ er sie in ruhe auch wenn sie glaubte dass ein plötzliches interesse an ihr nicht aus dem nichts kam immerhin besuchte sie seit fünf jahren den club regelmäßig er konnte sie nicht erst jetzt bemerkt haben nach ihrem vierten whisky fühlte Hermine sich betäubt genug um sich ihrem neuen zuhause zu stellen und wenn sie Glück hatte würde sie keine arme Elfe umrennen und sicher in ihr Gästezimmer schaffen und hoffentlich auch das richtige Zimmer finden sie stand von ihrem Barhocker auf und kurz drehte sich der Raum der Alkohol setzte ihr mehr zu als abgeschätzt hoch konzentriert nichts zu schwanken holte sie bei der Garderobe ihren Mantel ab und legte ihre Hand im Mäntelärmel um ihren Zauberstab verdammte Paranoia gerade als sie apparieren wollte wurde sie an den Schultern rumgerissen und eine Hand legte sich um ihren Mund und eine Hand und eine Hand und eine Hand und eine Hand